Wenn man sich der Brettl um Kleinkunst verschrieben hat, dann ist es manchmal nicht schlecht, wenn man noch einen zweiten Plan hat, Ballermann-Hits schreiben. Und ich habe die perfekte Rezeptur gefunden, man nehme ein perverses Wort in einem nicht-perversen Kontext, dann mischt man noch einen deutschen Prominenten dazu und schon hat man es. Habt ihr das verstanden? Macht nichts, das hören wir uns jetzt an. Ein Mensch hat an sich Haare, das ist eine Gottesgabe. Es gibt viele Variationen, die das Gesicht betonen. So fragt man sich verwundert, was wohl in einem schlummert, der diese Haarpracht trägt, obwohl's fast keinem steht. Er hat nen Porno-Porno-Porno, hat nen Porno-Porno-Porno, hat nen Porno-Porno-Balken im Gesicht. Er hat nen Porno-Porno-Porno, hat nen Porno-Porno-Porno, hat nen Porno-Porno-Balken im Gesicht. Er kann sich frei entscheiden, doch besser wär abschneiden. Sogar der Rudi Völler ist ohne Schnauzer-Töller. Du wärst die Ausnahme, dann frag doch die nächste Dame. Hör gut zu, was sie dir red, denn noch ist es nicht zu spät. Er hat nen Porno-Porno-Porno-Porno-Porno-Porno-Porno-Porno-Porno-Porno-Porno-Balkerin-Gesicht und gab sie dir ein Nein, dann lass es doch bitte sein. Schneid den Schnauzer endlich ab, dann schleppst du auch eine ab. Er hat den Bologen, Bologen, Bologen im Gesicht." Jawoll! Untertitelung des ZDF, 2020